Leute, wir sind zurück bei Paper Mario, die Legende vom Ionentor und ja, jetzt geht es an dieser Stelle hier weiter. Wir sind auf Ebene 99 angekommen im letzten Part und jetzt geht's auf Ebene 100. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich denke, das ist das Ende des Duellkerkers. Wir gucken mal, ob wir den Boss schaffen, wenn er denn kommt. Äh, ja, los geht's. Ah, was für ein ekelhafter Kerl. Oh, scheiße, es geht los jetzt schon. Wir haben nichts, ne? Okay, dann wollen wir mal. Erstmal Anti-V-Heap, weil ich weiß nicht, wie viel Death er hat. So, dann tauschen wir einmal aus gegen Gumbrina. Scanner. Das ist Loviatra. Loviatra ist die ältere Schwester von Logard. Aber sie ist ja nur noch ein Knochengerüst. Maximal KP 200, Angriffskraft 8, Verteidigung 2. Mit ihren Angriffen kann sie uns einschläfern oder griffieren lassen. Und wenn ihre KP sinken, regeneriert sie sich von selbst. Ist dieses Biest am Ende stärker als der Endboss? Strengen wir uns an. Okay, dann wollen wir mal. Wir tauschen Gumbrina erstmal gegen Bartomb aus. Und dann legen wir los. Verteidigung 2. Dann los geht's. Wir können nichts weiter tun, als ihre KP runterhauen. Und uns mit Superfit ständig gegenhealen. So, dann einmal Bombe. Oh shit. Sehr schön. Weiter geht's. Shit. Wäre ja auch zu schön gewesen wieder mal. Acht Schaden einfach, Alter. Das ballert gut rein. Äh... Bombe. Alter, schon wieder? Der ist brutal schwer, wenn er ständig mit seinem Hauch angreift. Okay. So, damit haben wir dann die Hälfte. Sehr gut. Wir gehen auf Superfit. Superfit. Gut, jetzt. Greif an. Es kommen immer nur zwei. Sehr schön. Das ist ein guter Boost, Alter. Alter. Okay. Sehr gut. Das gibt uns einen Free-Turn. Anti-V-Hieb. Autsch. Das war echt schlecht von mir. Das hätte auch besser laufen können. Alter, die hat mich einfach gebissen. Ich konnte gar nicht reagieren, lol. Du Lappen. Das war wieder nichts. Angriff sinkt. Nein. 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 Gut. Jetzt machen sie es uns extra schwer. Warum sind in diesem Kampf auch nur Suselwusels, Alter? Das rettet uns den Arsch, Alter. So, Anti-V-Hieb. So, dann wieder die Bombe. So, sie sind alle wieder wach. Das ist gut. Und wir sind wieder normal. Let's go. Schade. Bombe. Ja. Er hat einfach schon wieder gebissen und ich konnte halt nichts machen. Sehr gut. Stellt euch mal vor, ich hätte nicht so krass gelevelt. Alter. Der hat uns richtig auseinandergenommen. Glück gehabt. Diesmal haben wir keine Statusveränderung davon getragen. Ich hau wieder mal einen Superfit raus. Weil, why not? Halten wir uns einfach oben. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es, Alter. Nein. Och, Mario, mach doch. Oh. Hat sich richtig nicht gelohnt, ne? Das war wieder richtig scheiße, Alter. Ja. Komm, beiß mich, Alter. Beiß mich. Nein. Och, Mann. Diese scheiß Dusel-Dusels, Alter. Jetzt gibt es wieder keine Sternpunkte. Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Ich kriege doch eh keine Sternpunkte. Autsch. Das hat gesessen, Alter. Alter. So, dann. Schade. Ich dachte, einer war wach. Der ist wohl abgehauen, dieser Lappen. Ah. Ah. Die hat sich fucking einfach geheilt, Alter. Haha. Ja. Okay, das war wieder nichts. Na. Dankeschön. Boah, was soll das denn, Alter? Alter. Ach, scheiße. Die sind ja wieder alle eingefroren, weil ein Susel-Dusel meinte, sie alle wieder einschläfern zu müssen. Oh. Ich hasse diese Viecher. Haha. Diesmal hast du mit deinem Biss nicht getroffen, du Lappen, Alter. Ja. Ach, komm. Jetzt ist er wieder eingefroren, Alter. Ja, und ich will... Ja, komm. Stirb, Alter. So, komm. Volle Konzentration. Och, komm. Ja, schläf ja das Publikum wieder ein, weißt du. Leck mich einfach am Arsch, Alter. Ihr scheiß Drecksblumen, Alter. Fuck it, ey. Ach, warum mach ich das denn gerade? Die sind doch... Die schlafen doch eh alle, Alter. Das war so klar. Ja, geil. Das könnte uns, äh, den Sieg kosten. Alles wurde halbiert, einfach. Okay, nee, das haben wir gewonnen. Glücklicherweise. Das müsste das Ende sein. Okay. Okay, wir haben den härtesten Gegner im Spiel besiegt. Da bin ich sowas von froh. Das könnt ihr mir aber glauben. Ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen. So, öffnen wir die Truhe. Los geht's. Orden Konterschlag erhalten. Gegner, die Mario angreifen, erleiden ebenfalls Schaden. Das ist wohl mit der beste Orden im Spiel, Alter. So, damit haben wir sie besiegt. Sehr gut. Das ist es gewesen. Gehen wir hoch. Gucken, ob es sonst noch was gibt. Nein. Leute, wir sehen uns dann gleich wieder am Äon-Palast. Und dann werde ich da den Part beenden. Bis gleich. Leute, hier sind wir auch schon wieder. Im Äon-Palast. Und wir sind wieder da, wo wir waren, bevor ich mit dem Duellkerker gestartet habe. Und wir werden im nächsten Part, in den letzten Part starten. Ähm, ja. Ja, wir haben Loviata besiegt und den Duellkerker geschafft. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Paper Mario Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part und im wahrscheinlich letzten Part dann wieder. Bis dann.